Unser Highlight für Sie ab dem 17. April auf KTV. Die schönste Dorfkirche der Welt ist die Pfarrkirche in Steinhausen in Oberschwaben. Die Wallfahrtskirche gehört zur oberschwäbischen Barockstraße und zum Jakobsweg und wird auch als himmelreichtes Barock bezeichnet. Der Besucher wird dort mit dem Aufruf konfrontiert, wenn du glaubst, bete, wenn du nicht glaubst, genieße. Unsere Sendetermine für Sie. Samstag, 17.04. um 21.30 Uhr, Sonntag, 18.04. um 15.00 Uhr, Montag, 19.04. um 16.30 Uhr, Dienstag, 20.04. um 11.30 Uhr, Mittwoch, 21.04. um 23.00 Uhr und am Freitag, den 23.04. um 18.30 Uhr. Schalten Sie ein. Wir freuen uns auf Sie. Schalten Sie ein.